Ich finde es wichtig, dass man als paralympischer Sportler nicht mit Samthandschuhen angefasst wird. Wenn ich gut springe, möchte ich, dass ich dafür Anerkennung bekomme. Und wenn ich schlecht bin, dann kann man mich auch dafür gerne kritisieren. Es gab früher niemanden in meinem Umfeld. Ich musste mich also immer mit Menschen mit zwei Beinen messen. Und das war auch nie ein Problem für mich. Also die Prothese gehört absolut zu mir. Und wenn ich heute zu meiner Familie kommen würde und zwei gesunde Beine hätte, meine Großkosiden wären die ersten, die sagen würden, Markus, da stimmt was nicht. Ich will keinen Schulterklopfer dafür, dass ich noch Sport mache. Natürlich mache ich ja noch Sport. Ich will Respekt und Anerkennung für die Leistung, die ich durch hartes Training erreiche. Genauso wie jeder andere Athlet auch. Die ganzen letzten Jahre kämpfe ich um inklusiven Wettkampf. Für mich gehören Leistungssportler zu Leistungssportler. Und wenn wir das Ganze in einer getrennten Wertung machen, finde ich das völlig in Ordnung. Am Ende springen wir alle in den kleinen Sandkasten. Hi Leute, das war mein Neuwärts. Und schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was euer Neuwärts ist. Auf jeden Fall checkt auch die anderen Videos von Lara, Jan, Valeska und Danny aus. Und abonniert hier unten den Kanal. Bis bald.